In unserem Dienst kannst Du Dich über Studiengänge an Hochschulen im In- und Ausland informieren, sowie über die Möglichkeit der Anerkennung von Studientiteln und Berufsbefähigungen, die im Ausland erworben wurden. Die Studieninformation Südtirol hat ihren Sitz in Bozen und weitere Informationsstellen in Innsbruck, Salzburg, Graz und Wien. Im Detail gibt der Dienst Auskunft über Akademische und berufliche Anerkennung der im Ausland erworbenen Studientitel, Studienpläne, Auslandsaufenthalte im Rahmen des Studiums, Studien- sowie Hochschul-Ortswechsel und Anerkennung der Prüfungen, Zulassung zur Lehrtätigkeit an Pflicht- und Oberschulen, Pflichtpraktika und Staatsprüfungen. Der Dienst bietet Beratungsgespräche in Präsenz über Telefon oder Video an, gibt Auskunft über Informationsveranstaltungen, ist europaweit mit Anerkennungsstellen vernetzt, organisiert in Zusammenarbeit mit der SH Südtiroler Hochschülerinnenschaft und mit der MUA Movimento Universitario Alto Artesino Vorbereitungskurse und einen Probetestlauf für die Aufnahmeverfahren zum Studium der Human- und Zahnmedizin und Gesundheitsberufe. Die Studieninformation Südtirol findest du im Bozen in der Andreashoferstraße 18. Telefon 0471 41 33 07 oder 41 33 01. Und hier sind die Kontakte der Informationsstellen in Österreich. Telefon 05 Telefon 05 Telefon 05 Telefon 05 Telefon 05